Hallo zusammen, ich bin hier Süddeutschler und herzlich willkommen für euch in Shadowlands unterwegs und zwar durch euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute geht es um den Mage Tower vom Demiologie Hexer und da war ich mittlerweile erfolgreich nach dem einen oder anderen Try und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie ihr den am besten runterspielen könnt. Wir wollen uns einmal das Gear anschauen, die Skillung, die Consumables und dann natürlich noch ein bisschen VZ-Geschichten. Dann schauen wir einmal in den Tower rein mit den Fähigkeiten bzw. ich zeige euch, wie ihr ihn am besten runterspielen könnt. Als allererstes sollten wir uns mal die Skillung anschauen und zwar von der Skillung habe ich hier gespielt mit dem dritten Talent, Dämonische Stärke. Man kann es anscheinend auch mit Schreckenspürscher spielen, bleibt sich relativ gleich. Ich hatte hier die Dämonische Stärke mitgenommen. Dann Verderbnis, ganz wichtig, das ist sogar einer der Space, die da drin am meisten Schaden machen, denn wir können insgesamt drei Gegner dotten und müssen sehr viel laufen. Das ist ein Instant Spell, ist auf jeden Fall eine schöne Angelegenheit, also Verderbnis solltet ihr auf den Gegnern draufhalten. Dann Dämonenhaut, um ein bisschen was Defensives zu haben. Dann nehmen wir einen zusätzlichen Dämon mit, Finsternes Scheusal beschwören. Dann Weltliche Angst ist ein Instant 4, der uns auch noch heilt, ist hier eine schöne Sache. Wir müssen ein bisschen C10. Dann im Grimoire Teufelswache haben wir hier nochmal einen Mob. Und dann habe ich hier Dämonisches Aufzehren und das sind eigentlich soweit die Talente, die ich gewählt habe. Zur kleinen Randinformation, ich habe vorher noch nie Demo gespielt, muss mich da ein bisschen rein progressen. Also die Router, die ich spiele, würde ich vielleicht nicht unbedingt übernehmen, aber zumindest kann ich euch erklären, wie ich das geschafft habe, auch als jemand, der kein Demo-Spieler im solchen Sinne ist. Gut, was habe ich an Geh genommen? Wer meinen Destro-Guide gesehen hat, ich habe fast dasselbe Geh genommen wie bei meinem Destro-Exer. Ich habe mich ein bisschen belesen und beim Demo soll man anscheinend ein bisschen andere Stats nehmen. Der beste Stat, den ihr nehmen könnt, ist Int, der zweitbeste ist Haste, dann kommt Crit und das letztbeste ist quasi Versa. Das ist etwa gleich gut oder schlecht wie Mastery. Also man sollte eigentlich Int, Haste, Crit haben. Ich habe mir ein Gear gebaut, was hauptsächlich Haste und Mastery hatte für die Demo-Challenge. Das habe ich auch hergenommen. Ich habe zwar jetzt hier kaum Crit drauf, wie ihr seht, aber zumindest haben wir Haste, was ja der beste Sekundär-Stat ist und damit ging es ehrlich gesagt auch. Was habe ich gesockelt? Ich habe hauptsächlich Tempo gesockelt. Im Optimalfall solltet ihr Intelligenz sockeln, wenn die Sockel bei euch günstig im Auktionshaus sind. Ich habe hier 1, 2 Int Sockel drin. Das war relativ wenig hier auf dem Low-Pop-Server drin, deswegen habe ich den Rest halt mit Tempo gesockelt. Damit geht es auch. Besser ist natürlich, wenn ihr Int sockeln könnt. Dann an Fortsets. Da ich meine Items über 50 habe, habe ich keine alten Fortsets drauf. Wenn eure Items genau als 50 sind oder drunter, könnt ihr noch alte Fortsets draufhauen. Deutlich drunter sollten sie nicht gehen, weil es ist ja Timewalker-Modus und ihr werdet auf 50 runter skaliert mit eurem Gear, aber natürlich nicht hoch skaliert. Ähnlich wie im Destro-Guide habe ich mir die Sachen hier selber gecraftet. Die kann einfach ein Schneider bauen. Schneider-MOP kann sich die Sachen herstellen. Bei den Ringen habe ich die aktuellen Juve-Ringe mir auch aus dem Auktionshaus rausgekauft. Könnt ihr auch schön mit einem extra Sockel euch den holen und die Stats aussuchen. Hals hatte ich hier noch, den alten Brüders-Hals. Solltet ihr den nicht haben, könnt ihr euch auch den aktuellen Juve-Hals holen. Ich habe das Spiel sogar mit einem Shadowlands-Item tatsächlich hier, weil auf den Handgelenken gibt es keinen Sockel, zumindest beim Schneider-Gear. Und dann dachte ich mir, gut, dann kann ich auch ein quasi aktuelles Gear teilnehmen und mir das sparen. Vorzettet seht ihr hier. Ich habe Tempo vorzettet, Primärwerte, Ausdauergeschwindigkeit und Intelligenz. Auf der Waffe habe ich einfach die genommen, die ich rumliegen hatte. Die hat jetzt Mastery Tempo, hier jetzt nicht optimal. Himmlische Führung habe ich da drauf verzettet. So, jetzt kommen wir zu den Trinkets. Und die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe einmal Verehrte Samenkapsel vom ersten Boss aus dem Emerald Nightmare. Also sprich, die Instanz, ich zeige sie euch einmal. Wir switchen einmal hier zu Legion und dann haben wir das Makine Albtraum. Erster Boss kann das Ding droppen. Und da haben wir sie. Ah ne, das ist sie nicht. Halt, stopp. Ich glaube, das kann für... Mal auf alle gehen. Ich glaube, das ist eigentlich ein Melee-Trinket. Ja, aber ist es ja egal. Es ist ja mittlerweile, hat man ja den kompletten Loot. Also sprich, Legacy-Loot. Ihr kriegt alles. Bloß könnt ihr es dann wahrscheinlich nicht Bonus rollen. Also den Bonus rollen könnt ihr wahrscheinlich beim Warlock nicht benutzen. Ich bin da zweimal reingegangen, war die Samenkapsel drin. Ihr könnt im LFR, HC, NHC, Mythic, also in jeder Schwierigkeitsstufe das einmal holen. Ist ja eh Item Level 50. Das ist das eine Trinket. Macht einfach eine Voidfläche auf den Boden. Es sind drei Gegner. Packt ihr die Gegner rein. Ist eine schöne Sache. Macht sehr viel Schaden. Schon gegen ein Single-Target. Gegen drei natürlich noch mehr. Und es hat noch einen Lifestyle-Effekt drauf. Also ihr kriegt dann noch zusätzlich Lebensraub, wo ihr euch ganz nett heilen könnt. Ist eine schöne Sache. Das Einzige, wo ihr aufpassen solltet, die Fläche ist groß und grün. In dem Event gibt es auch kleinere grüne Flächen, die Schaden verursachen. Wenn ihr die Fläche legt, die liegt dann über den anderen Flächen vom Gegner drüber. Ihr seht es nicht. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein, zwei Mal an dem Kack gestorben. Aber es passiert. Also ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr dann nicht in der feindlichen Voidzone drinsteht. Weil man sieht es dann schlecht. Genau. Also das Trinket könnt ihr euch holen. Macht sehr guten Schaden. Und das zweite, was ich empfehle, ist aus Wolords of Draenor. Der Höllenfeuer, der Höllenfeuer-Zitadelle. Und zwar von Iskar. Und dort gibt es ein Only-Caster-Trinket. Da kann ich jetzt eigentlich wieder den Hexer einschalten. Und zwar ist jetzt Bedrohlicher Blick. Das ist ein Caster-Trinket. Macht sehr viel Schaden. Single-Target-mäßig und auch HE. Denn es schießt zu Blitze ab, die Damage verursachen. Und zeitgleich noch alle Gegner zwischendrin treffen. Ich kann euch sagen, ich habe jetzt leider meine DPS-Werte nicht da. Aber fast bei allen Tris haben alleine meine beiden Trinkets, ne. Also zusammen, wenn ich es zusammenrechne, 40% meines kompletten Schadens haben nur diese zwei Trinkets gemacht. 40% des Schadens. Vielleicht mal 2-3% mehr, 2-3% weniger. Aber so im Schnitt 40% vom Damage haben nur diese beiden Trinkets gemacht. Also die carryn euch schon extrem, wenn ihr euch die holt. Und ich habe beide relativ zügig bekommen. Wenn ihr in die Höllenfeuer-Zitadelle, wenn ihr den Skip nicht nach oben habt, müsst ihr wie ich die Bosse töten. Ihr könnt euch aber auch selber mit einem anderen Schar einladen, der das eventuell gemacht hat. Und dann könnt ihr euch den Skip freischalten. Könnt ihr euch direkt zu Iska hochporten. Ist eine schöne Sache. Sonst müsst ihr ein paar alte Bosse töten. Nehmt ein bisschen T-Mock mit. Seht's positiv. Gut, soweit zum Gear. Die Talente hatten wir uns angeguckt. Dann die Consumables. Was habe ich genommen? Ich habe einmal das Schattenkernöl genommen. Ist aus Shadowlands. Dann haben wir Fläschchen der unendlichen Tiefen. Das ist aus BFA. Hat halt am meisten Stats drauf. Wenn ihr euch fragt, das hat doch weniger Stats drauf. Ja, man wird skaliert. Und die Skalierung ist komisch. Da haben teilweise alte Sachen eine bessere Skalierung als neue. Habe ich in meinem anderen Video schon gezeigt, wie das genau alles skaliert ist. Wo ich allgemein auf Consumables und Gear an sich eingehe. Glaubt es mir, das Fläschchen aus BFA hat die meisten Sets. Dann nehmen wir eine Verstärkungsruhne her. Dann könnt ihr noch die Kriegsrolle der Intelligenz nehmen. Die habe ich nicht hergenommen. Hier der Char befindet sich auf einem Low Pop Server, wo ich nicht viel Gold habe. Und die kostet hier 2000 Gold. Ich musste an irgendeiner Ecke sparen. Ihr merkt schon, bei den Sockeln haben wir ein bisschen gespart. An den Rollen haben wir ein bisschen gespart. Auch am Foot habe ich gespart. Ich habe mir einfach das aktuelle Tempo Foot genommen. Das ist nicht das Beste. Das war aber günstig. Besser wäre ein In-Foot oder ein älteres Tempo Foot. Wenn ihr es nehmt, besser Int. Aber das war hier auch scheißteuer. Ich zahle nicht 1000 Gold für ein Foot. Ich habe nämlich einige Trials gebraucht mit dem Demo. Dann kann ich die Trommeln der Wut empfehlen. Die machen auch guten Schaden. Man hat einfach oder allgemein jegliche Trommeln. Trommeln könnt ihr benutzen. Das sind jetzt hier der Wut, die sind halt aus einer älteren Expansion. Sind bis auf 50 gecapt. Die waren einfach günstiger als die aktuellen. Deswegen habe ich die genommen. Und was ich sehr empfehlen kann, Trank der ungezügelten Wut. Das ist ein Pot, der direkten Schaden quasi verursacht. Über eine Minute weg. Und das war auch, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber der war auf jeden Fall weiter oben angesiedelt. Also externe Sachen. Ich glaube, das meiste Damage hat der Verderbnis verursacht. Dann kamen meine beiden Trinkets. Und relativ kurz danach kam Trank der ungezügelten Wut. Also die eigentlichen Demo-Zauber, die haben irgendwie alle nichts gerissen. Also ich glaube, 50% meines Schadens waren eigentlich externe Quellen. Also Demo haut irgendwie meiner Ansicht nicht so viel raus. Oder ich bin vielleicht einfach auch ein Shit-Demo. Das kann natürlich auch sein. Gut. So viel zu den Konsumables. Dann würde ich sagen, schauen wir mal in den Kampf rein. Ich habe hier meine Aufnahme. Und dann würde ich sagen, starten wir das mal. Ich mache mal hier den Sound aus. Am Anfang ist es übrigens so, dass ihr einmal hier reinlaufen müsst. Ich bin da gerade, glaube ich, habe ich Out to Walk reingemacht. Deswegen laufe ich jetzt hier ein bisschen gegen die Wand. Und wir haben hier auch wieder kurze Dialoge. Aber als Hexenmeister müssen wir einiges beschwören. Deswegen ist das nicht allzu wild. Ihr solltet hier am besten euren Dämonen beschwören. Das sollte ja eh klar sein. Dann könnt ihr einmal ein Gate aufstellen. Das habe ich am Anfang immer gemacht. Ich habe mir ein Gate von hier nach hier aufgestellt. Und hier dann immer einen Teleport. Ich habe das am Ende mit dem Gate sein lassen. Man muss nämlich hier verschiedene Runen soken. Die werden des Kampfes kommen. Und es macht schon Sinn, sich ein Gate hinzustellen. Das Problem ist, diese Runen werden immer kleiner. Und dann sieht man die nicht mehr. Und teilweise waren die genau unter meinem Gate. Dann habe ich sie nicht gesehen, nicht gesaugt. Die gehen hoch und One-Shot. Deswegen habe ich das mit dem Gate sein lassen. Ihr könnt aber euch trotzdem das Gate aufstellen. Und das Nutzen, das ist Geschmackssache. Ich mache jetzt mal kurz einen Stopp. Ihr seht, ihr könnt an den Mobs ranlaufen. Und ihr habt drei Gegner hier. Und bei mir war es so, dass ich am Anfang des Kampfes versucht habe, alle drei Gegner zusammen zu kriegen. Denn wir haben ja unser Kapseltrinket uns vorher geholt. Dann können wir ein bisschen cleaven. Die Handvollen Gul'dan, die haut auch AE-Schaden rein. Also wenn diese drei Gegner zusammenstehen, dann macht ihr definitiv mehr Schaden. Und am Ende wird es auch ein bisschen DPS-Race. Deswegen, die Gegner zu cleaven, macht Sinn. Was mache ich da am Anfang? Ich haue hier meinen Zauber rein, um Sehensplitter aufzusetzen. Also quasi Sehensplitter zu bekommen. Und kann das nur auf den ersten Mobs machen. Das ist der Sigrun. Das ist der Tank-Mob. Ich sage jetzt einfach mal, das ist der Tank-Mob. Das ist der Melee-Mob und das ist der Caster-Mob, um einfach zu machen. Dann merkt es euch vielleicht. Ich habe es auch nicht so mit Namen, ehrlich gesagt. Genau. Den können wir am Anfang angreifen. Und übrigens, wir müssen diese drei Mobs nicht töten, sondern ihn müssen wir auf 0% bringen. Also er stirbt. Ihn müssen wir auf 20% bringen. Das ist der Haupt-Mob. Und er ist, glaube ich, dann auf 7%. Die haben auch einen Lifeshare. Also wenn ihr einen DPS, kriegen alle Damage. Außer wenn er hier sich ein Schild drauf macht, dann muss man tatsächlich das Schild runterklopfen. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Also, ich fange hier an, Caster auf ihn drauf. Dann switche ich auf ihn hier und tue ihn mit der Pet-Fähigkeit, also wir haben ja mit der Pet-Fähigkeit, einmal einen Interrupt. Da können wir den einmal Interrupten. Steht zwar irgendwie Stun drauf, aber irgendwie Interrupted ist ihn. Fragt mich nicht. Kennen wir mit dem auch nicht aus. Es funktioniert auf jeden Fall. Dann kommt er ran. Dann stehen hier alle zusammen. Ich habe hier meinen Trinket drin reingeschmissen. und dementsprechend, ja, können wir die ein bisschen cleaven. Und ich dotte die, ihr seht, jetzt alle mit dem Fluchzug. Dieser Fluch, echt, der macht am meisten Schaden von allen Fähigkeiten, die ihr habt. Ja, also den immer drauf lassen. Und ich habe vorher mein Portal hier draußen hingestellt. Port mich raus, denn hier gibt es ein bisschen fliegende Hämmer. Die cleaven so ein bisschen. Das ist eher unschön, sagen wir mal so, wenn ihr da drin steht. Deswegen wollt ihr raus. Ihr wollt ein bisschen gucken, dass der, ähm, dass quasi die Pads, ne, oder das Pad hier das so ein bisschen tanken. Ich mache euch mal den Sound an. Ich habe nämlich auch eine Weak Aura, beziehungsweise, ne, die Weak Aura macht, glaube ich, doch, die Weak Aura macht auch Sounds, aber auch DBM macht Sounds. Das ist vielleicht ganz interessant für euch, ähm, das so ein bisschen zu hören. Die haben nämlich dann unterschiedliche Effekte. Den ersten Effekt seht ihr schon. An eurer Position, ähm, werden ab und an diese grünen Flächen gespawnt. Und ich hatte euch vorher schon gesagt, passt da ein bisschen auf, wenn ihr eure Fläche raufhaut, dass ihr darauf achtet, äh, ob da andere grüne Flächen sind, weil wenn ihr in der Fläche drin steht, ihr seid relativ schnell tot. Jetzt am Anfang, für, für den Anfangs-DPS, habe es ich jetzt so gemacht. Ich habe mich rausgeportet. Dann, ähm, ziehe ich meine ganzen Pads. Ich habe eins, zwei, drei Pads, die ich extra beschwören kann. Dann dieses Ulti-Pad, das ich habe. Ich muss jetzt mal nochmal rauswitchen, weil ich, ähm, wie gesagt, kein Demo-Spieler bin. Also den Schreckenspürscher habe ich dann gerufen. Finsternes Scheusal und Grimoire hier. Und danach, äh, diesen dämonischen Tyrannen. Anscheinend bufft dieser Tyranne diese anderen Mobs ein bisschen hoch. Deswegen habe ich es so rumgemacht. Haben mir die Demo-Hexer im Stream geraten, dass ich das am besten so machen soll. Genau. Und dann DPSen wir hier voll drauf. Wie gesagt, Dots haben wir überall drauf. Und sonst bauen wir halt unsere Sehensplitter auf und hauen dann die Hand von Gul'dan immer auf die Gegner. Und wenn sie alle zusammenstehen, kriegen sie halt ganz gut Ae-Schaden. Zusätzlich kann man noch diese Wichtel explodieren lassen. Die machen, glaube ich, soweit ich das weiß, auch Ae-Schaden. Genau. Und ihr seht, hier haben wir diese Hämmer. Wenn die, wenn zu viele bei euch sind, ähm, schaut, dass ihr die, dass ihr vielleicht ein bisschen die Position switcht. So. Jetzt haben wir die erste Fähigkeit. Und zwar unser Melee-Mob hat eine Fähigkeit, die schimpft sich Berserkerwut. Und bei der Berserkerwut, ihr seht, ich habe hier auch schon eine Vig-Aura, ähm, die geht so 20 Sekunden lang. Und er macht einen Haufen mehr Schaden, hat eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Und, ähm, ist aber ein bisschen slower als normalerweise. Also er wird geslowed, haut mehr raus. So, wir wollen jetzt am besten gucken, dass unser Pet den tankt, dass wir den nicht rumkiten müssen. Da können wir unseren, ähm, Slow-Fluch drauf machen. Der, ähm, heißt Fluch der Erschöpfung, genau. Den haben wir drauf, wird er 50% geslowed. Und, ähm, das Pet hält tatsächlich relativ gut was aus. Aber, was ich, äh, gesehen hab, ähm, das, wenn das 20 Sekunden nicht durchtankt, dann wird es weggeratzt. Ich hab dann angefangen, hier das Pet mit Bewegen, seht ihr das, einfach hier in die Ecke zu schicken. Dann rennt er diesem Pet halt nach und kriegt es nicht. Wenn er es ein paar Hits abkriegt, ist nicht schlimm. So viel Schaden macht er nicht. Aber, wenn er es 20 Sekunden durchtankt, dann ist das down. Schickt es dann einfach hin und her, dann kite der das so ein bisschen. So. Jetzt kommt hier der nächste Effekt. Und zwar, ähm, der Caster, der Fall hier. Der tut, ähm, runische Detonationen casten. Und das sind hier diese Runen. Die werden immer kleiner. Und wenn die ganz klein werden und die dir nicht gesorgt habt, dann gehen die hoch und machen sehr viel Schaden. Man kann es überleben, wenn ihr komplett volles Leben habt, auch ein bisschen Schild durch euren Damage. Dann werdet ihr nicht gewonnen, schottet. Aber ich würde mal behaupten, es macht etwa 90, vielleicht sogar ein bisschen mehr als 90 Prozent eures Lebens an Schaden. Also, ihr wollt nicht, dass das durchgeht. Ihr seid dann ziemlich sicher tot, weil ihr kriegt durch alles Mögliche immer Schaden. Die Mobs casten hier auch. Euer Mob hat nicht immer Akku. Deswegen, die müsst ihr echt sorgen. Und, ähm, macht es in der Reihenfolge, ähm, wie klein die sind. Also, das kleinste als erstes, dann das mittelkleinste und dann quasi das größte. Weil ihr seht, die werden immer kleiner. Wenn ihr das größte als erstes sagt, geht das kleinste, weil hoch, ne? Und die spawnen relativ, äh, in einer relativ guten, äh, Frequenz. Und da müsst ihr teilweise schon schnell sein. Und die Demo hat nicht so viele Instant-Zauber. Das Einzige, was ihr halt habt, ist dementsprechend, ähm, hier euer Dot, den ihr draufhauen könnt, ne? So, jetzt haben wir den nächsten Spell. Und zwar hat unser, ähm, Tank-Mob, äh, Sigryun, oder wie der heißt, ähm, einen Spell. Der heißt Blut des Vaters. Den kann man nicht interrupten. Und der darf nicht durchcasten. Wenn er durchcastet, haut er sich einen Buff drauf und der pulsiert mit der E-Schaden. Und es macht verdammt viel Schaden, das killt euch, ne? Ihr müsst im Optimalfall gucken, während er den Cast castet, dass ihr ihn wegführt. Ich hab mir da auch ein Makro gemacht. Ich kann euch das auch mal, ähm, zeigen und teilen. Wie auch schon im Destro-Video hab ich mir da Makros gemacht. Ich hab hier ein Makro mit Scholl-2-Tip. Cast at Boss 1. Weltliche Angst. Und selbiges hab ich mir auch nochmal gemacht für Furcht. Die Bosse, ähm, sind oben in den Raid-Frames immer drin. Und, ähm, ich hab mir die übrigens hier hinten runtergezogen. Ich wollte die eigentlich mittels dessen, äh, dotten. Normalerweise sind die Raid-Frames ja hier oben. Ähm, und das ist quasi immer Boss 1, 2 und 3, ne? Und er ist halt Boss 1. Und dementsprechend castet man dann automatisch auf ihn, wenn man einen anderen im Target hat. Und er, man hört schon, okay, er castet das, ne? Übers Boss-Mods, beziehungsweise die Weak-Aura, hab ich da einen Sound quasi. Dann drück ich einfach nur auf mein Makro und er wird weggeführt. Ähm, sollte, also ihr könnt das mit diesem Instant 4 machen, mit dieser weltlichen Angst. Wird er weggeführt, alles gut. Sollte er mit dem Cast durchkommen und den Debuff drauf haben, könnt ihr immer noch den normalen 4 benutzen. Solange der MCC ist, hat er zwar immer noch den Buff drauf, aber er macht keinen Schaden damit. Nur wenn er nicht CC'd ist, macht er den Schaden. Ähm, der hat den Buff aber, glaub ich, 20 Sekunden drauf oder sowas. Also ihr müsst ihn dann zweimal wegführen. Besser ist, ihr interruttet ihn im Cast, dann habt ihr gar keinen Stress, dann läuft die Sache. Wenn ihr ihn durchcasten lasst, ihr seid sicher tot. Er macht extrem viel Schaden damit, ne? Also, den Instant 4. Den geht nicht mehr raus. Ihr müsst euch hindrehen, das ging mir grad so. Irgendwie diese weltliche Angst, das kannst du nicht machen, wenn du den nicht facet, ne? Manche Dots kannst du ja setzen, wenn der hinter einem ist. Ähm, bei dem geht das nicht so. Jetzt seht ihr grad hier, haben wir so eine Kugel. Ah, ich stehe in der Dings drin. Und wenn ihr die aufsammelt, kriegt ihr ein bisschen Heilung, ne? Also das ist eine praktische Sache, da könnt ihr euch heilen. Ach Mist, das eine hab ich zu früh refreshed, ne? Das ging mir grad so. Ich hab zu früh den, ähm, Verderbnis dort drauf gemacht, ne? Der müsst halt warten, bis er abläuft, dass er Schaden macht. So, dann wollt ihr eigentlich immer wieder gucken, dass euer Pet, jetzt tun wir das mal kurz stoppen, euer Pet immer mal wieder alle antankt, dass die zusammenbleiben, ne? Also ich hab hier ständig Agro gezogen von den Mobs und dementsprechend musste ich mein Pet immer wieder zu dem einen steuern, zu dem anderen, dass der halt die Agro kriegt, dass die möglichst zusammen sind. Wenn ihr ein paar von denen tankt, ist es nicht so schlimm, so viel Schaden machen die nicht. Ihr könnt auch auch wieder hochleachen, ähm, ja. Jetzt haben wir den nächsten Effekt, und zwar der Caster-Mob, der macht sich ein Schild drauf, ja? Und dieses Schild, wir sind da an, heißt es, ähm, das haut er sich drauf, das tut ein bisschen Schaden absorbieren, und er wirkt einen Cast. Wenn der Cast durchkommt, ist ähnlich wie bei den Runen, das, ähm, haut sehr viel Schaden raus. Ich würd sagen 90% eures Lebens, und das könnt ihr interrupten, und das machen wir wieder mit dem Pet Interrupt. Auch hier hab ich mir, ähm, zur Sicherheit, glaub ich, ein Makro gemacht mit dem Pet Interrupt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das finde. Ähm, genau. Hier, Shoal 2-Tip, Cast at Boss 2, der Cast aus Boss 2, Axtwurf. Äh, ich hab, glaub ich, mal einmal den falschen, den falschen Mob im Target, und hab dann den Interrupt, äh, auf den falschen gewirkt. Und ihr braucht es nicht, aber zur Nummer Sicherheit, ne, dass ihr dann nicht versehentlich mal, wie mir das schon gegangen ist, den falschen Interrupted. Das ist ganz praktisch auf jeden Fall. Gut, gucken wir weiter. Ihr habt dieses Ding, Ding, Ding gehört. Ähm, hier sind grad so Walküren durch den, ähm, Raum geflogen. Siegrin, also der Tank-Mob, hat die zweite Fähigkeit, dass er, ähm, eine Welle Walküren ruft. Die sind an allen verschiedenen, ähm, Seiten, spawnen die. Und es gibt immer eine Lücke, ihr müsst euch in die Lücke reinstellen. Wie die anderen Fähigkeiten, das Ding tut euch fast One-Shotten, wenn ihr komplett voll seid, überlebt ihr es. Aber in 90% oder 99% der Fällen, wenn ihr seid fast nie voll, weil ihr immer irgendwo Schaden kriegt, werdet ihr gewone-Shotten. Also ihr müsst definitiv da richtig laufen. Und es kommt oft vor, dass Sachen überlappen und ihr dann zwei Move-Geschichten gleichzeitig machen müsst. Dann haben wir die nächste Fähigkeit, diesmal wieder von unserem Millimob. Das ist die zweite Millimob-Fähigkeit von Jarl Walbrand, schimpft sich der. Der hat einen, ähm, Klingensturm. Und dann macht er hier in diesem inneren Bereich AE-Schaden. Also da wollt ihr nicht stehen, müsst ihr gegenlaufen, das zieht euch ran. Oder ihr haut den Schattenvorraub drauf und stunnt den Kollegen und dann hat sich das, ne. Ihr müsst ihn einfach nur einmal stunnen, dann, ähm, ist die Fähigkeit durch und fertig. Also immer, wenn ihr, wenn ihr das macht, Schattenvorraub rauf. Am Ende habt ihr Cooldorn auf die Geschichte, dann müsst ihr halt gucken, dass er gegenlauft. Also ich haue hier meinen Stun drauf, zack, unterbrochen, fertig. Ja, mehr ist es nicht. Genau. Und dann, ähm, wie gesagt, wir schauen, dass wir die Mobs möglichst zusammenhalten. Und, äh, versucht die Dots umzuhalten und dann halt, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Und vor allem in den Phasen, wo ihr jetzt mal nichts zu tun habt, müsst ihr Damage pumpen, ja. Weil sonst kriegt, ähm, kriegt ihr die Mobs einfach nicht tot. Ihr habt viele Phasen, wie es jetzt wieder ist, da müsst ihr die Runen laufen. Man kann halt fast nichts machen. Jetzt kommen die Valkyren wieder. Ich bin gerade mit den Runen fertig und ihr müsst echt schnell sein. Äh, wenn ihr euch da erwischen lasst, warte. Jetzt kommen wieder die Runen. Ich versuche einen Schattenblitz durchzubringen, muss aber schon wieder laufen, ne. Also ihr seht das, das ist tatsächlich hier, äh, in der, in der Mittelfase relativ stressig. Jetzt kommt schon wieder das Schild. Jetzt muss ich das Schild runter DPSen. Jetzt habe ich ja gar nichts ready dafür. Und man kann halt immer schauen, dass man seine Dämonen dafür spart, für Schild, ja. Ähm, ich habe es zwischendrin dann so gemacht, dass ich beim ersten Schild meine ganzen Dämonen draufgehauen habe. Und sonst die Dämonen immer auf, auf Cooldorn, ähm, rausgehauen habe, dass ich einfach genug Schaden habe. Am Ende wird es dann sonst ein bisschen knapp mit dem Damage. Die haben nämlich so ein Soft Enrage und dann casten sie die Fähigkeit alle immer wesentlich schneller und dann wird es dann ein bisschen stressig. Die Kugeln hier, die spawnen von den Valkyren, die die immer ranbringen. Ähm, die kann man sich auch einen Ticken safen, ja. Aber diese spawnen nach einer Weile. Und ihr seht schon, hier war ein kleiner Overlap. Jetzt hier nicht sonderlich schlimm. Die Valkyren sind erst durch und jetzt die Dinger. Manchmal ist es wirklich so, dass man hier hinten noch eine kleine Socken muss. Die Valkyren da sind. Dann muss man definitiv ein Dev-CD für ziehen. Immer wenn ihr hier lauft, schaut, dass ihr eure Dots wieder applyt, ja. Ihr seht, jetzt bin ich gerade da gelaufen. Jetzt kommt schon wieder das Nächste. Zwischendrin musste ich mein Pad heilen, denn er macht dieses Wegrennen. Und wenn das Pad stirbt, dann war es das eigentlich so gut. Weil wenn ihr ein neues Pad beschwört, ihr kriegt die Akku hier nicht mehr rein. So, jetzt haben wir das Schild gleichzeitig. Und, ähm, er zieht mich ran. Äh, beziehungsweise, ne, der Typ, den musste ich fieren so rum. Und er zieht mich ran. Der Typ fieren geht vor. Wenn das nicht klappt, dann ist quasi RIP. Ja, also das müsst ihr auf jeden Fall gucken. Im Endeffekt war es das groß an Fähigkeiten. Man muss halt bloß diese Fähigkeiten nach und nach runter spielen, ohne dass mal eins fehlt. Ne, ihr seht, jetzt haben wir wieder die Valkyren. Ich muss wieder quasi ein bisschen ausweichen. Und, ähm, die Mobs gehen jetzt langsam runter. Wie gesagt, ihr müsst nur einen von denen wirklich töten. Jetzt haben wir den Klingensturm wieder. Da hauen wir jetzt wieder einmal unseren Stun drauf. Falls ihr vom Destro, ähm, Guide noch dieses Makro habt, dass ihr den, ähm, Stun auf euch draufhaut, haut das raus, ne. Hier müsst ihr tatsächlich auf Range den Stun im optimalen Fall raushauen. Wie gesagt, euer Pad immer am Leben halten. Ähm, das Hochheilen mit dieser Lebenslinie. Und, ähm, wenn der eine Typ halt enraged, das wegschicken. Also mir ist es echt einige Male so gegangen, dass mein Pad gestorben ist und dann war halt einfach Feierabend, ne. Dann, ähm, hat das Diakon nicht mehr gekriegt. Die Mobs waren auch nicht mehr zusammen. Und ich wurde weggeratzt. So, ihr seht, einer ist gestorben von denen. Und jetzt hat er hier noch 24% Live und der andere hat nur 11%. Er macht jetzt nochmal sein Schild. Und ab dem, äh, ab dem Ding, wenn er nur noch 25% Leben hat, macht am besten nicht das Schild. Ich muss den anderen durchziehen. Sondern, ähm, greift, äh, Sigrun an. Weil ihr habt dann auch keinen Kick mehr. Der ist bei mir jetzt auch auf Cooldown. Und ihr müsst einfach Sigrun runterhauen. Das, das Problem ist nämlich, ähm, er wird ab dem Zeitpunkt nur noch sein Schild durchziehen. Er haut das Schild auf und er kastet sofort nochmal das Schild, ja. Also es macht gar keinen Sinn mehr, ihn zu DPSen. Ich bin, glaube ich, 2-3 Mal alleine an dem Punkt geweibt, weil ich dann gedacht, ah, Schild kommt, ich muss auf jeden Fall das Schild DPSen. Macht es nicht. Ähm, greift dann auf jeden Fall, ähm, den Sigrun an. Weil den müsst ihr auf 20% bringen, dann ist das Ding fertig, ja. Den anderen könnt ihr komplett ignorieren, ja. Ja, so ab 25%, wenn er, wenn er hier immer wieder sein Schild macht. Ihr könnt vielleicht nur ein Schild runterhauen, das unterbrechen. Und dann merkt ihr spätestens, er kastet nochmal eins, zieht durch. Ihr könnt dann euren Dev-CD ziehen. Wenn das Schild explodiert, überlebt es mit dem Dev-CD, wenn ihr voll seid, auf jeden Fall. Nehmt ihr vielleicht vorher noch ein GS oder, äh, was ihr auch nehmen könnt, ist ein Haltrank, ne. Also von dem spreche ich hier, erbarmungslose Entschlossenheit. Das, äh, tut euer, ähm, erhaltenen Schaden um 40% verringern. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr bei den Valkyren merkt, es reicht nicht. Oder bei den Runen merkt, es reicht nicht. Einmal den Dev-CD reinhauen, hat drei Minuten Cooldown, dann wird es relativ knapp. Das ist es im Großen und Ganzen. Viele Fähigkeiten sind es nicht, es ist im Endeffekt eine Phase. Aber ihr habt gemerkt, am Ende, äh, kommt dann alles gleichzeitig. Und da wird es dann ein bisschen schwierig. Da sollte man auf jeden Fall nochmal schauen, dass man hinkommt. Ich konnte hier zwei Pots nehmen. Ihr habt sehen, ich habe gerade nochmal einen Pot genommen. Ich hatte zehn Sekunden oder neun Sekunden von dem Pot, habe ich gerade benutzt. Ich habe den zu spät gezogen. Schaut ein bisschen, dass er den Pot nach fünf Minuten benutzt. Ich glaube, ich habe hier, äh, sechs Minuten oder irgendwas gebraucht. Also ich habe ein bisschen Pot hergeschenkt. Und, ähm, die Trommeln, also die Drums, habe ich am Anfang des Kampfes gezogen. Ähm, da hat man noch die meiste Zeit quasi durchzuziehen. Gut, das war es eigentlich soweit, ähm, mit dem kleinen Guide. Ähm, denkt so ein bisschen an eure Coulons, dass ihr die auf Abklingzeit am besten zieht. Wie gesagt, ich habe es dann, ähm, beim ersten Schild habe ich meine, äh, ganzen Dämonen, also beim Pulder habe ich sie einmal reingehauen, beim ersten Schild. Und dann habe ich sie auf Abklingzeit, äh, draufgeratzt, weil es dir dann eh nicht mehr mit den Schilden ausgeht. Die kommen dann zu schnell. Da musst du einfach gucken, dass man sie so quasi runterkriegt. Das geht auch tatsächlich, ja. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem Guide. Ich hoffe, ich denke dran mit den, ähm, Makros, dass ich euch die noch verlinke, dass ihr die seht. Und ja, damit, ähm, sind wir eigentlich durch. Ich hoffe, ich habe, äh, alles soweit erklären können, dass ihr es verstanden habt. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt die gerne in die Kommentare. Und ihr könnt mir auch gerne sagen, dass ich vom Demo keine Ahnung habe von der Router. Das ist definitiv wahr. Aber es hat auch so funktioniert bei mir mit so ein bisschen, äh, Try and Error, ne. Und ja, gut, damit sind wir durch. Ich habe, äh, ja, mich hat es gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.